Ja, mein Name ist Klaus Goldbeck. Ich bin 48 Jahre jung oder alt, kann man sehen wie man möchte. Wir haben vor zwei Jahren angefangen hier dieses Haus zu bauen. Welchen Gebäudetyp hast du gebaut? Wir haben uns für die Kombination aus dem Flachdach B1 und aus dem Pultdach C2 entschieden. Was machst du beruflich? Ich bin im Außendienst tätig, bin aber gelernter Schlosser. Und wie handwerklich bist du? Durch meinen Beruf schätze ich schon, ja, es geht und es ist ein Familienprojekt geworden. Mein Bruder ist Tischler, unser Vater ist Installateur, Klempner, also da kam einiges zusammen. Was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Dass man es doch im ersten Moment unterschätzt hat, was das an Arbeit bedeutet, dass es aber trotzdem viel Spaß gemacht hat und dass man in den zwei Jahren verdammt viel gelernt hat. Empfehlung fürs Baustellen-Catering? Sucht euch ein Baugrundstück neben euren Eltern und lasst Mama das Catering machen. Was besseres gibt es gar nicht. Wem möchtest du nochmal Danke sagen? Ja, natürlich unserer Mutter für das Catering. Nein, und natürlich auch wirklich mein Vater, meinem Bruder, ganz speziell, aber auch meiner Frau und allen Freunden und Bekannten, die uns geholfen haben. Wie gesagt, es ist ein Projekt, was man nicht alleine stemmen kann. Danke.